Die schlecht vorbereitete Kuh braucht für die Hergabe der 18 kg Milch pro Gemelk, also doppelt so lange wie die Kuh, die optimal vorbereitet wurde. Außerdem wird das Eutergewebe durch das Blindmelken und die doppelt so lange Melkzeit viel stärker beansprucht. Dadurch ist es anfälliger für Krankheiten. Neben deiner Vorbereitung hat natürlich auch der Aufbau und die Einstellung sowie der Zustand deiner Melkanlage einen direkten Einfluss auf den Melkprozess.